Ist der Bandscheibenvorfall wirklich die Endstation für deinen Rücken oder gibt es eigentlich viel, viel bessere Optionen noch und neue Methoden, wie du dem Problem richtig zu Leibe rücken kannst, bleib also unbedingt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los. Willkommen bei deinem Podcast für eine moderne und integrale Gesundheit. Entdecke Hintergründe und neue Zusammenhänge aus westlicher und traditioneller Medizin. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist. Thema Bandscheibenvorfall ist ein ganz, ganz großes, weil viele Leute betroffen, volkswirtschaftlich macht es Riesenschäden und du kennst mit Sicherheit jemanden oder hast vielleicht selber gerade das Problem und suchst nach einer Lösung oder möchtest vielleicht auch das Video weiterleiten, um jemandem so eine Idee zu liefern, was kannst du da noch machen, wenn du gerade von diesen akuten Rückenschmerzen und möglicherweise eben diesem Bandscheibenvorfall betroffen bist. Und ich hoffe, du verstehst mich heute gut. Ich habe selber eine Zahn-OP hinter mir. Ich habe mir vor zwei Tagen einen wurzelbehandelten Zahn entfernen lassen und ein Implantat einsetzen. Deswegen kann es sein, dass ich hin und wieder so ein Stück Nuschel versuche, aber das System hat es trotzdem schön deutlich und klar rüber zu bringen. Und das Video gliedert sich dazu in vier Teile. Wir gucken als erstes anatomische Faktoren an. Also wie ist das ganze System aufgebaut? Was müsste da eigentlich im Normalfall so funktionieren? Dann gucken wir uns in die Pathologie. Also was ist krankhaft? Irgendwas kaputt geht? Was sind da genau für Mechanismen? Was ist wirklich belegbar? Und was hält da nicht so richtig stand? Und das ist auch der dritte Part, wo wir so ein paar Doppeln beleuchten. Was hält sich da also immer noch beharrlich so als scheinbare Auslöser und Ursache für Bandscheibenvorfälle, um dann im vierten Teil in die Therapie zu gehen? Also was hast du für Möglichkeiten zu Hause und für echte Chancen, deinen Bandscheibenvorfall wirklich richtig gut und dauerhaft in den Griff zu bekommen? Schauen wir uns also gleich mal eine Anatomie an, was uns so erwartet. Und ich habe dir hier schon mal die Lendenwirbelsäule eingezeichnet und du hast fünf Lendenwirbelkörper. Die sind der Reihe nach durchnummeriert. Also es beginnt hier oben mit L1, L2, L3, L4, L5. Unten hast du den Sakralbereich, da hat man die Abkürzung S für Sakral. Also S1 bis S5 auch fünf Wirbelkörper. Und oben drüber hast du die Brustwirbelsäule, die aus zwölf Wirbelkörpern besteht. Also TH1 bis TH12. Und jeweils zwischen diesen Wirbelkörpern hast du einen Nerven eingezeichnet, der wieder eine Bezeichnung trägt. Der kann dann auch Nervenwurzel L4 oder L5 beschrieben sein. Jetzt musst du aber wieder genauer gucken, wo zählt das hin? Also Nervenwurzel L4 wäre also genau die Wurzel zwischen deinem vierten und deinem fünften Wirbelkörper. Nervenwurzel L5 wäre zwischen L5 und S1. Also immer unterhalb des Wirbelkörpers liegt die entsprechende Nervenwurzel. Zwischen diesen einzelnen Wirbelkörpern hast du jetzt die Bandscheibe. Und die sind dann immer so Anlass zur Sorge oder um unseren Fokus dahin zu bekommen. Weil wenn die rausrutschen, ist immer dieses große Tovabo und dann quetschen die irgendwas ein und die Beine werden taub. Also das ist immer so das, was wir gängigerweise hören. Und das basiert rein auf einem mechanischen Verständnismodell. Müssen wir erst mal schauen, ist die Mechanik überhaupt noch so greifbar? Ja, bestätigt sich das so in Beispielen? Dann nehme ich gerne eine Studie aus dem skandinavischen Raum, wo man also Leute mit Bandscheibenvorfällen überprüft hat. Die kamen also mit einem starken Schmerzgeschehen in die Klinik. Man hat die ins MRT geschoben, hat gesehen, ja, du hast einen riesen Bandscheibenvorfall. Hat die vier bis sechs Wochen konservativ, also ohne OP behandelt. Nach vier bis sechs Wochen waren die dann nahezu beschwerdefrei oder sehr beschwerdearm. Und hat die allerdings dann nochmal ins MRT geschoben. Und da ist eine große Überraschung aufgetreten. Man hat also bei vielen Patienten gesehen, dass die Bandscheibenvorfälle selbst nach dieser Langzeit und der Schmerzverringerung größer geworden sind. Das bedeutet also, wir können nicht pauschal sagen, großer Bandscheibenvorfall ist gleich viel Schmerz, kleiner Bandscheibenvorfall wenig Schmerz. Sondern es ist wieder eine ganz individuelle Verteilung, wie du das wahrnehmen kannst. Und deswegen ist also erstmal nur der Fakt, dass du Bandscheibenvorfall hast, nicht das große Drama. Sondern wir müssen wieder gucken, was macht das Funktionell mit dir und in welchen Bereichen spielt der eine Rolle. Und daraus schlussfolgert sich dann auch, was das Lösungsmodell für dich sein kann. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Mach bitte also nicht davon abhängig, dass du jetzt einen Bandscheibenvorfall hast, dass automatisch dein Rücken jetzt im Argen ist. Das kann ganz anders laufen. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal im Detail an, wie sich das hier drin gestaltet. Du hast also üblicherweise die Bandscheibe an sich. Außen links rum, das Grüne hier ist dieser Faserknorpel, der den sogenannten Nukleus, also diesen Kern, diesen Galatzkern da drin, entschaffelt. Und schön halt diese Mobilitäten seitwärts und nach vorn ermöglicht. Und jetzt wird ja immer diese Story erzählt von, wenn du dich jetzt ungünstig bückst nach vorn, dann kann die Bandscheibe nach hinten raushuschen. Und weil du das und das falsch gemacht hast, deswegen hast du jetzt das Rückenproblem. Und die ganzen Rückenschulen erzählen da denselben Schmus, ist aber totaler Pfeffer, weil unsere Bandscheibe funktioniert nicht wie ein Bürger. Also wenn du das jetzt mal typisch mit so zwei Bands vergleichst, die du hast, in der Mitte ist der Petty und schön Tomate drauf. Also hast du einen Bürger und beißt da rein, dann ist das natürlich typischerweise so. Du beißt und dann schnippst du dir nach vorn die Tomate raus. Bei der Bandscheibe ist es genau andersrum. Dadurch, dass du diesen Faserknorpel hier ringsherum hast, ist die Problematik eher an der komponierten Stelle. Hier hinten ist der Faserknorpel straff, da hält er einfach nur gut gegen, aber der reißt da nicht auseinander oder sowas. Sondern hier vorn, wo das Bandscheibengewebe gedrückt wird, da ist eher das Problem. Also würde beim Beugen deine Bandscheibe eher nach vorne in den Bauchraum schießen, was die auch hin und wieder machen kann, was aber nichts groß tut. Weil da ist eben keine neurologische Irritation. Also insofern diese ganzen Themen von, du hast irgendwas falsch gemacht, dich falsch bewegt, dich falsch gebückt, falsch gehoben, zu schwer gehoben, das können wir erstmal so vom Tisch nehmen. Das funktioniert so klassisch nicht. Wenn wir weiterhin anschauen, was die Bandscheibe machen kann, wenn sie nach hinten rausrutscht. Also jetzt das Problem, was wir gerade besprochen haben, dass der Nerv irritiert wird. Dann müssen wir schauen, dass wir im Lendenwirbelsäulenbereich eigentlich schon keinen Rückenmark mehr haben. Und das ist häufig also eine große Sorge, dass wenn die Bandscheibe nach hinten in das Rückenmark rutscht, eben der Nerv dann nach unten diese Taubheitserscheinungen machen kann. Und warum haben wir jetzt keinen Rückenmark mehr? Das hängt wachstumstechnisch zusammen. Also wir haben im Kindesalter natürlich einen viel, viel kürzeren Rücken. Dort ist jetzt das gesamte Rückenmark drin, was dann auch bis zur Lendenwirbelsäule runterreicht. Aber wenn wir jetzt wachsen, kann das Rückenmark nicht so schnell mitwachsen. Das schafft das zeittechnisch nicht so schnell, Gewebe zu bilden wie der Knochen. In demzufolge zieht sich das Rückenmark systematisch nach oben raus. Und es müssen nach unten Einzelnerven praktisch aussprossen. Und die sehen dann aus wie viele kleine Fäden, die nach unten laufen. Also man bezeichnet das auch als Pferdeschweif oder als Cauda equina auf Lateinisch. Also es gibt gar keinen Rückenmark mehr, sondern nur noch laute einzelne Nervenverlängerungen, die dann hier automatisch auch mit dem Spinalnerv zur Seite weggehen und sich dann weiter an die Beine verteilen. Das bedeutet also, wenn der Bandscheibenvorfall zentral in deinen Rückenmark geht, und es handelt sich um Bandscheibenvorfall, der im Lendenwirbelsäulebereich stattfindet, hast du eigentlich weniger Komponierungsproblem, weil eben, stell dir jetzt vor, du hast einen Besen oder eben so einen Pferdeschweif und schiebst jetzt irgendwo da rein, dann legen sich die Fasern einfach um diesen Vorfallturm rum, aber werden dort nicht komponiert. Das ist also erstmal mechanisch gesehen weniger ein Thema. Jetzt könntest du aber sagen, na gut, aber wenn das seitlich in diese Spinalnerven reinrutscht, dann wird ja der Spinalnerv irritiert und kann dann wieder Ausfallerscheinungen machen. Ja, kann es konzipiell, allerdings sind die Größenverhältnisse, wie ich es hier eingezahlt habe, schon fast stimmig. Also der Spinalnerv hat fünfmal so viel Platz, wie er eigentlich bräuchte. Also das Loch ist fünfmal größer, als der Spinalnervraum braucht. Also auch da hast du genügend Pufferzone, falls die Bandscheibe da reinläuft, dass da nicht sofort alles Knall und Fall ist. Wir müssen also wieder von dem mechanischen Weltbild weggehen. Und das ist ja auch das, was ich schon in den anderen Videos immer wieder anrege. Wir können es zunehmend nicht mehr mechanisch argumentieren, dass wir Probleme bekommen. Also diese ganze Hardware-Argumentation, die wir in den letzten Jahrzehnten in unserem Medizinbereich erlebt haben, die wird systematisch aussortiert. Und aktuelle Wissenschaft geht immer mehr dazu, dass wir es eher mit Softwareproblemen zu tun haben. Und was wäre hier das Softwareproblem? Das wäre, dass wir zum Beispiel Entzündungsmarker haben. Also dass Bodenstoffe, die beim Austreten dieses Nukleums, also dieses Garnertkerns auftreten, dass die Entzündung um die Nerven machen und deswegen dort zu einer Reizung führen. Also gar nicht der mechanische Druck, sondern nur der chemische Bodenstoff. Und dann müssen wir natürlich jetzt auch im therapeutischen Sinn die Frage stellen, wie können wir denn das am besten wegbekommen? Wie können wir dort selber auch agieren, um schnell dieses Chemie in den Griff zu bekommen? Und da kommen wir im letzten, also im vierten Teil drauf zurück, wenn es eben um die Lösung und therapeutische Ansätze geht. Diese Tatsache, dass es jetzt dort ein chemisches Problem gibt, heißt natürlich auch, dass diese ganze Fantasie, die da manchmal geäußert wird, ich habe gespürt, dass die Bandscheibe nach hinten rausgerutscht ist und habe die dann mit so leichten kreisenden Bewegungen wieder zurückmassiert, dass das eher aus einer Fantasierregion kommt, was nicht machbar ist. Also eine Bandscheibe, die einmal da rausrutscht, die kommt nicht einfach wieder zurück. Also alles, was ausgetreten ist, bleibt da auch so. Und vielleicht magst du auch aufhören, dir dort selber Vorwürfe zu machen, weil du kannst es nicht verhindern, wenn es passiert, passiert. Also ob du auf Toilette gehst, ob du schwer hebst, ob du es irgendwo anderweitig presst, wenn die Bandscheibe raus will, kommt sie raus. Und wir haben aktuell wissenschaftlich noch keine Erklärung, warum sie das macht. Auch das finde ich total spannend. Man hat sich also die Mühe gemacht, Wirbelkörper von Menschen, also Verstorbenen, raus zu präparieren, mit der Bandscheibe drin, hat die unter Druck gesetzt, um erstmal zu argumentieren, wie geht denn das jetzt kaputt, was ist denn der genaue Mechanismus? Und alles, was man erreicht hat, war, dass man die Wirbelkörper frakturiert hat, also zerbrochen hat, aber die Bandscheibe ist hier jetzt ganz geblieben. Da kam die Vermutung, okay, vielleicht hat die Bandscheibe einfach Dauerschädigung schon bekommen, vielleicht müssen wir die vorschädigen und dann reicht es zum Trauma. Man hat also von innen die Bandscheibe angemäsert, dort Mikrotrauben reingesetzt, hat die Bandscheiben oder die Wirbelkörper wieder unter Druck gegeben, was ist passiert. Wieder Wirbelkörper ist gebrochen, die Bandscheiben sind ganz geblieben. Also es gibt aktuell noch kein sauberes Erklärungsmodell, warum Bandscheibe jetzt wirklich kaputt geht und nutzt es vielleicht auch für dich, um dir da den Stress rauszunehmen. Du kannst also nichts dafür. Wo wir stattdessen jetzt am ehesten ansetzen können, sind wir beim vierten Punkt, nämlich der Therapie und deiner Chance, wie du dort in Heilung bekommst. Deswegen schön, dass du dran geblieben bist, ist, dass wir hier so eine Art Punktbewegung machen. Wir müssen also den Stoffwechsel anregen und versuchen, dieses alte lymphatische Gewebe, auch dieses Bandscheibengewebe an sich, möglichst schnell zu verstoffwechseln, also in Aktivität zu bringen. Das gelingt am besten, wenn wir in Bewegung bleiben. Und hier erstmal die Darstellung der Wirbelsäule von hinten. Also wir haben jetzt einfach die Wirbelsäule so ein Stück gedreht, du guckst auf den Rücken drauf, das ist wieder das Kreuzbein hier unten. Und ich habe dir jetzt mal exemplarisch hier den Spinalnerven angezeigt, der zum Beispiel Probleme machen kann. Also L4, L5 wäre das in dem Fall. Und alles, was du tun musst, ist, dass du dort in so eine Wackelbewegung gehst, also dein Becken absinken lässt und damit diese Aufklappbewegung machst. Also wie wir das hier schon hatten zwischen diesen zwei Boxen, kommt es einfach immer wieder zu diesem Klappen. Das kannst du, wenn du das aushältst, am leichtesten natürlich über so eine Saturday Night Bewegung machen. Also einen Arm hoch, da hast du automatisch diese Aufdehnung und lässt dann unten dein Becken absinken, knickst einfach das Bein ein, wie in der Disco fängst du dort an zu pumpen. Machst das bitte ruhig, also so mit ein bis anderthalb Bewegungen pro Sekunde. Also der Saturday Night Rhythmus passt schon ziemlich gut. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Partner, wie oft solltest du das machen? Und da reden wir von ungefähr 1000 Wiederholungen. Also unter 1000 sagt der Körper, interessiert mich eigentlich nicht. 1000 klingt jetzt mega viel, aber wenn du das auf Minuten runterbrichst, sind das gerade mal irgendwas zwischen 10 und 12 Minuten, wenn du das in diesem Rhythmus machst. Da kannst du eigentlich sogar zweimal am Tag oder dreimal am Tag, nämlich früh, mittags, abends das verteilen. Und je öfter du diese Pumpe hast, achte also darauf, dass du keine Schmerzverstärkung bekommst. Schmerzverstärkung würde bedeuten, du regst eher Entzündungen an oder provozierst Gewebe. Und dir geht es aber nur darum, dass du wirklich ganz sanft die Flüssigkeit rausbringst. Du kannst es sogar am Sitz machen, indem du dich mit einer Pobacke aufs Becken setzt und lässt die andere dann von diesem Liegenrand oder von einem Stuhlrand nach unten gehen. Du kannst es mit Unterstützung machen, also so wie sich das für dich wohl anfühlt. Und gibst dann einfach relativ viele sanfte, milde Bewegungen da drauf. Und das wird also dafür sorgen, dass du sehr, sehr schnell dort eine gute Stoffwechsellage wieder reinbekommst und damit auch eine Schmerzreduzierung in dein Gewebe. Und an der Stelle möchte ich dir noch zwei Achtungszeichen mitgeben, die du zu Hause leicht überprüfen kannst. Das erste natürlich dramatische wäre, wenn du Blasen, Masta und Störungen hast. Also sprich, du kannst deinen Stuhlgang oder dein Wasserlassen nicht mehr kontrollieren. Dann gehörst du direkt zum Arzt und auf dem OP-Tisch. Die zweite Maßnahme, die nicht ganz so heftig ist, aber wie du für dich zu Hause rausfiltern kannst, ist es wirklich ein Nerv, der betroffen ist oder nicht. Es ist ein Verlängerungstest oder das Lamp-Test genannt. Da kannst du einfach dein betroffenes Bein in die Beugung bringen, so weit wie du das eben hinbekommst. Also gehst du in diese Vordehnung und checkst dann über deinen Kopf aus, ob du über die Beugung eine Schmerzverschlechterung erzielen kannst oder ob das eher besser macht. Wenn du wirklich ein Nervenproblem hast, wird diese Beugung, also dieses Kopf nach vorn bringen, ein dramatisches Reinziehen und Schmerzverschlechterung deines Problems bewirken. Viele Patienten, die ich bei mir in der Praxis erlebe, haben dagegen eine Linderung, wenn die den Kopf auf die Brust nehmen. Und das spricht eher dagegen, dass der Nerv dort auf diese Länge reagiert und würde eher die These von Muskelproblemen stützen. Wie du jetzt dieses Muskelproblem im Griff bekommst, hatte ich schon angesprochen in vorangegangenen Videos, dass es total sinnvoll ist, dir einen findlichen Therapeuten oder Arzt zu suchen, der in der Lage ist, diese Muskelzustände bei dir auszutesten. Also ich mache standardmäßig bei mir in der Praxis den Check, ob überhaupt diese Muskelausfälle oder diese Muskelstörungen zu den Bandscheibenproblemen passen. Das Einfachste ist natürlich, dort einen Rechts-Links-Check zu machen. Also wenn laut MRC-Bild du rechts die Störung hast, ist es total unlogisch, dass du links deine Beinproblematik hast. Ein weiteres Phänomen ist, dass ich mir sehr, sehr gerne die Höhe wirklich differenziere. Also sprich, welche Etage deiner Bandscheibe ist denn in deinem Funktionsbefund wirklich betroffen? Weil es kann gut sein, dass du in einem MRT-Bild siehst, du hast zwar mit Nervenwurzel L4 ein Problem, aber die Muskeln, die zu L4 gehören, sind bei dir überhaupt nicht betroffen, sondern sind eher L5-Muskeln oder S1-Muskeln. Und damit wirklich einen sauberen Nachweis zu finden, ob deine Bandscheibenstörung aktuell zu dem Beschwerdebild passt, was du gerade mitbringst. Oder ob es vielleicht ganz andere Ursachen gibt, die da im Hintergrund eine Rolle spielen. Ob da vielleicht grundlegend noch CMD, also Kieferprobleme eine Rolle spielen. Ich kann ja gerade selber ein Lied davon singen. Ob Halsverbesserungsstörungen sich auswirken. Ob unser Schädelfugensystem gestört ist. Ob innere Organe oder vielleicht sogar emotionale Themen dort dahinter stehen, die noch in der Tiefe Unruhe stiften und damit immer wieder für muskuläre Abschaltungen sorgen. Und eben dein Bandscheibenvorfall sich dann einfach nur noch draufgetopft hat, sozusagen der Kollateralschaden, den du einfach noch mitschliffst. Und der jetzt durch Zufall gefunden wurde, weil jetzt eben, klar, hast du diese Akutbeschwerde gehabt. Jetzt schiebt man dich ins MRT und da sagt man natürlich, boah, da ist ein Bandscheibenvorfall. Aber es kann dir natürlich niemand genau sagen, war das Ding am Vortag auch schon da. Also vielleicht schon seit drei, vier Wochen jetzt ein Bandscheibenvorfall. Oder schon seit Monaten ist das Ding dort raus. Und einfach der Zufall hat nur dafür gesorgt, dass man es jetzt eben nochmal optisch nachweisen kann. Also dort die große Chance für dich zu entdecken und nicht in Vertrust zu kommen, sondern eher mit so einem Forschergeist nochmal reinzugehen. Das ist immer schwer natürlich, wenn ich gerade große Beschwerden habe, dort noch Forschergeist aufrechtzuerhalten. Aber ich möchte dich da motivieren, dich im Kopf nicht hängen zu lassen. Da ist ganz, ganz viel Potenzial für deine wahre und dauerhafte Heilung dran. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wenn du einen Kommentar mit reinschreibst, wie du es empfunden hast. Und natürlich, wenn du den Kanal abonnierst. Und dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge aus dem Podcast für eine moderne und integrale Gesundheit. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Gerne kannst du auch den Kanal abonnieren, um zukünftig alle wichtigen Beiträge für deine Gesundheit zu erhalten. Danke, es ist schön, dass du dabei bist. Danke, es ist schön, dass du dabei bist. Danke, es ist schön, dass du dabei bist. Vielen Dank.